Allah hat die Erde für euch zu einem Teppich gemacht. Sollte ich hier wie die Erde, Teppich? Dann sagen wir als allererstes, Kollege, wir können einen Teppich nicht nur auf einer Fläche ausbreiten, sondern auch auf einer Sphäre. Beispielsweise, wenn wir einen riesengroßen Globus haben, können wir einen Teppich drauf auslegen. Punkt 1. Punkt 2, was heißt Erde? Erde hat verschiedene Bedeutungen in der arabischen Sprache. Ich kann mit der Erde unseren Planeten meinen, ich kann mit der Erde Staub meinen, den ich in der Hand habe, Dreck, so was wir Dreck nennen, ich kann mit der Erde auch ein Stück Land meinen. Und ich kann mit der Erde was meinen? Die Erdkruste. Und jetzt gucken wir mal genau, was wir in diesem Jahrhundert entdeckt haben. In diesem Jahrhundert haben wir festgestellt, dass die Erdoberfläche nur bis zu 81 Kilometer dick ist. Und wo legen wir einen Teppich hin? Wir legen normalerweise einen Teppich irgendwo hin, wo es unbequem ist zu gehen, damit es bequemer wird zu gehen. So, und diese Erdkruste, worüber liegt die? Wir wissen jetzt, dass das Innere der Erde heiß und flüssig ist. Das heißt, diese Erdkruste ist wie ein Teppich über dieses heiße Flüssige. Und warum? Und das kommt danach in dem Vers, damit ihr auf den Wegen der Erde gehen könnt. Denn wenn die Erde heiß und flüssig wäre, könntest du nicht drauf gehen. Damit ihr da hinziehen könnt. Das heißt, das was du als Widerspruch nimmst, ist im Gegenteil ein glasklarer, wissenschaftlicher Beweis, dass der Koran niemals vom Propheten Mohammed, Mohammed, Herr Sallallem, hier geschlagen wird.